Hallo, heute habe ich für Sie eine Basisschulung in das Programm IDEA Statica Connection vorbereitet. Das ist ein Programm, der mit der CBFM Component Based Finite Element Method Stahlverbindungen berechnen kann. Mein Name ist Ivan Belesch und ich bin ein Support Engineer für die Programme SCIA Engineer und IDEA Statica. Was ist die Basisschulung? Wir haben hier Klassetopologie Nachweis. Wenn etwas passt, können Sie das einfach wählen und einfach benutzen. Wir werden das bei der Schulung mit der leeren Vorlage machen. Mit der fangen wir an. Als erstes wählen Sie die Norm, weil von der Norm ist Material abhängig. Dann wählen Sie Default Material für die Bauteile. Wenn Sie das Richtige wählen, sparen Sie die Arbeit. Sie müssen dann nicht ständig das Material wechseln. Und auch schreiben können Sie schon vor Einstellung, Klarname, Beschreibung. Das ist für die Ausgabe wichtig. Und jetzt gehen wir in eine leere Verbindung. Wir haben da noch nichts. Ich erkläre aber zuerst die ganze Oberfläche, was wir hier haben. Mit dieser Gruppe werden wir alles bearbeiten. Hier können wir neue Bauteile erstellen. Wir können Lasten und die einzelnen Operationen schweißen, Kopfplatte und so weiter. Schrauben definieren. Das werden wir hier machen. Wenn Sie das hier nicht mögen, können Sie hier benutzen. Dann haben Sie hier so Karten hintereinander. Wir werden von links nach rechts drücken. Zuerst werden wir die Verbindung erstellen. Dann mit diesem Symbol berechnen. Dann gehen wir in den Nachweis. Und dann können wir Bericht vorbereiten, wenn die Verbindung schon fertig ist. Normalerweise werden Sie hier zwischen den Nachweis und den Vorwurf wechseln. Weil wenn das nicht passt, müssen Sie das immer bearbeiten. Hier können Sie verschiedene Positionen erstellen. Sie können in einer Datei, weil wenn wir das speichern, wird eine Datei erstellt. In dieser einen Datei kann nur eine Verbindung drinnen sein. Das ist diese CON1 und das ist Projektposition. Oder mehrere Positionen. Und Sie können selbst entscheiden. Zum Beispiel ist eine Position die Verbindung mit dem normalen Spannungsdehnungsnachweis. Dann machen Sie eine Kopie und machen zum Beispiel einen Stabilitätsnachweis oder einen Kapazitätsnachweis. Oder Sie machen eine kleine andere Variante der Verbindung. Oder Sie machen komplett eine neue Verbindung. Und definieren zum Beispiel mehrere Verbindungen in einer Datei. Es wird verschieden gehandelt. Was Ansicht betrifft, haben Sie hier eine Symbolreihe, wo Sie auf die Basisansicht gehen, Perspektive usw. definieren können. Hier wichtig, dass wenn wir machen Volumen, bekommen Sie sein schattiertes Bild, Transparent oder Drahtmodell. Und dann haben Sie hier NaviCube, mit der Sie dann das drehen können, wenn Sie nicht die Arbeit mit der Maus mögen. Wir brauchen zuerst ein paar Bauteile. Ich mache das immer mit dem. Rechte Maustaste. Neues Bauteil. Und wir nehmen jetzt die Stütze. Stütze ist ein HEA 300. So, dann nehme ich HEA 300. Okay. So, aber die Stütze liegt. Das will ich nicht. So, wie soll ich die jetzt aufstellen? So oder so? Es gibt hier dieses Rechteck. Dieses Rechteck ist auf einem Bauteil. Und das ist die Lagerung der ganzen Verbindung. Dahinter, hinter der Berechnung ist ein FE-Modell. Ein finite Elemente-Modell aus Schalen. Es wird plastisch mit geometrischer Nichtklinarität durchgerechnet. Und ein Bauteil muss selbstverständlich gelagert sein. Es kann nicht in der Luft sein, weil sonst würde sich das alles verdrehen. Wenn Sie die Verbindungen sind, immer so zu definieren, dass wenn Sie einen Knoten haben, müssen alle Stäbe aus dem Knoten rausgehen. Sie können verschiedene Exzentrizität haben, aber Sie gehen grundsätzlich immer raus. Das ist die X-Achse des Bauteils. Und bei uns ist die X-Achse diese Achse. Sie können hier die Koordinatensysteme einschalten und dann sehen Sie das. So, X muss jetzt nach unten gehen, von der Verbindung nach unten. Und jetzt müssen wir das verdrehen um die Y-Achse. Jetzt selbstverständlich mit minus 90 Grad. Minus 90 Grad. Und jetzt ist die Stütze richtig. Sie können Bauteile, alles was Sie hier haben, können Sie umbenennen mit der rechten Maustaste. Umbenennen, ich schreibe hier ST für Stütze und definiere eine rechte Maustaste. Neue Verbindung. Ich gehe das gleich umbenennen. Riegel. Und nehme ein neues Querschnitt. Nicht jetzt mit diesem Bleistift arbeiten, weil sonst würden Sie H300 in ein etwas anderes umwandern. Das heißt, auch für die Stütze würde sich das ändern. Ich möchte ein komplett neues Querschnitt haben. So, und das ist ein HRB280. Okay. Das soll aber nicht vertikal sein. Setzen wir das jetzt einmal auf 0. Passt ganz gut. Jetzt muss ich das noch um die Y-Achse mit plus 10 Grad verdrehen. 10, ja. Plus, Sie gehen gegen Uhrzeigersinn und gegen die Achse, gegen Uhrzeigersinn ist plus. Wie wenn Sie eine Schraube einziehen würden. Nächster Bauteil ist Riegel. Druckrohr. Umbenennen. Ich schreibe hier DR für Druckrohr. Und das ist ein anderes Querschnitt. Ich setze das jetzt einmal auf 0. Und nehme ein Formrohr. Ein MQ. 90, 90, 5. Wo haben wir das? 90, 90, 5. Passt ganz gut. Es liegt nicht richtig. Jetzt muss ich mir die Verbindung verdrehen. Das machen Sie mit der Steuerungstaste. Und mit dem Rad auf der Maus können Sie verdrehen. So ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln. Es ist wie bei anderen Programmen, wenn Sie ein Modell verdrehen. Wenn es nicht passt, bedrehen Sie das mit dem oder mit dem. Müssen Sie einfach ein bisschen herumprobieren. Und wir verdrehen das jetzt um die Z-Achse so nach rechts. Das heißt mit plus 90 Grad. Da ist Z. Mit plus 90 Grad. Passt. Mehr muss ich da nicht machen. Weiteres Bauteil ist Diagonale. So rechte Maustaste. Diagonale. Diagonale. So. Und das ist ein Winkel. 80 auf 6. L. Nehmen wir. 80 auf 6. Passt grundsätzlich. Passt überhaupt nicht. Jetzt müssen wir das verdrehen. Wieder um die Y-Achse. Jetzt minus 45 Grad. Und ich verdrehe das auch noch um die X-Achse. Damit ich das hier alles verbinden kann mit einem Knotenblech. 180 Grad. Damit da nicht hineinregnet. So. Das wären die Bauteile. Und jetzt habe ich ein Dilemma. Soll ich die Lasten erklären oder Operationen? Ich gehe jetzt auf die Operationen. Wir werden die Verbindung aufbauen. Und dann erkläre ich die Eingabe der Lasten und ein bisschen die Theorie hinter dem Modell. Operationen. Wieder rechte Maustaste. Hier können Sie neue Operationen hinzufügen. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier diesen Bereich, der manchmal auch komplizierte Verbindungstypen beinhaltet. Kopfplatte kann auch zum Beispiel hier Steifen definieren. Knotenblech kann geschraubt, geschweißt sein. Hier können Sie auch verschiedene Möglichkeiten von der Platte haben. Hier bei der Fundamentplatte haben Sie auch verschiedene Steifen und so weiter. Das passt selbstverständlich nicht immer. Sie müssen manchmal sehr komplizierte Möglichkeiten. Verbindungen entwerfen. Dann müssen Sie diese und diese Komponenten benutzen. Das ist zum Beispiel Schneiden Träger, Steifen, hier Schneiden einer Platte. Das ist wichtig. Das ist eine allgemeine Platte, wenn Sie sehr oft benutzen. Schrauben, Schweissnäte. Es gibt aber auch eine andere Methode. Sie können ein Bauteil anklicken. Jetzt gehe ich auf den Homebutton. Sie können ein Bauteil anklicken. Dann mit der rechten Maustaste anklicken. Sagen, verbinden mit und klicken auf ein Bauteil, mit dem Sie das erste Bauteil verbinden möchten. Dann wählen Sie einen Typ der Verbindung. Schrauben. Und dann wird ziemlich viel schon gemacht. Sie haben hier Schnick zum Beispiel von der Stütze. Sie haben hier Steifen. Kopfplatte mit den Schrauben und das ist alles schön verschweißt. Sie brauchen hier nur ein paar Abmessungen ändern und dann Nachweis klicken. Wir werden das jetzt einmal löschen, weil so lernen wir nichts. Und das ein bisschen schöner, ein bisschen so manuell machen. Aber nicht so komplett mit den Basisbearbeitungen. Da mache ich irgendwann ein anderes Tutorial dafür. Rechte Maustaste. Neue Operation. Jetzt werde ich als erstes die Stütze oben an dem Riegel schneiden. Das ist das erste sehr einfache Bearbeitung. Schneiden von Stütze mittels Riegel. Sie verbinden immer zwei Bauteile. Sie müssen sagen, welches Bauteil mit welchem verbunden wird. Das ist sehr wichtig. Manchmal gibt es hier auch drei zu wählen. Wenn Sie zum Beispiel schrauben, Sie haben mehrere Platten, können Sie drei, vier Platten zusammenschrauben. So, wir nehmen gerade Schnittfläche. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gärungsschnitt und Berührungsfläche, wenn Sie Rohre zum Beispiel haben. Schnittebenen nehmen wir die Entfernung. Immer wenn Sie eine Verbindung hinzufügen, Sie können das wieder umbenennen, wenn Sie wollen. Sie können die auch deaktivieren. Dann bleibt das zwar im Modell, wird aber ignoriert. Das ist gut, wenn Sie verschiedene Varianten probieren möchten. Sie möchten das nicht gleich löschen, weil sonst müssen Sie das noch einmal erstellen. Ich lasse das einmal da. Und Abstand 20 Millimeter. Und hier in diesem Fenster definieren Sie alle Parameter dieser einen Komponente. Zweite Bearbeitung machen wir die Kopfplatte hier. So, und jetzt müssen wir wieder sagen, was verbinden wir mit welchem Bauteil. So, wir wollen den Riegel mit der Stütze verbinden. Riegel mit Stütze. Man kann ein weiteres Bauteil definieren, dann wird die Kopfplatte zum Beispiel von der anderen Seite gleichzeitig gemacht. Ja, und dann können Sie einfach die Parameter wählen. Zum Beispiel 20 Millimeter dicke Kopfplatte. Ja, das ist zu viel. Machen wir 16 Millimeter dicke Kopfplatte. Und dann die Abmessungen symmetrisch. Ich gehe auf zum Querschnitt, weil dann kann ich oben und unten verschiedene Abstände definieren. Ich mache die aber wahrscheinlich beide gleich. Nein. Da machen wir 20. Probieren wir links, rechts 10 Millimeter. Passt ganz gut. Ja, passt super. Und so, wenn Sie jetzt wissen möchten, warum habe ich die Kopfplatte 16 gemacht? Sie brauchen nur den. ein Bauteil oder eine Platte berühren und dann hier unten nachschauen. Hier, wenn Sie dann nachgucken, wenn Sie etwas berühren, steht hier unten immer, stehen die Eigenschaften des Bauteils. Zum Beispiel das hat dicke 14 Millimeter. Man sollte das, denke ich, nicht dicke machen, hier die Platte als der Flansch. Ich lasse das jetzt auf, mache mal 15 Millimeter, so eine schöne Zahl. Jetzt brauche ich dann noch die Abstände von den Schrauben. Sagen wir minus 50 geht's. Ja, okay. Von unten auch minus 50, minus 45 und hier auch minus 45. Schauen wir mal, ob das dann passt. So, ein bisschen verdrehen, anschauen. Sie können das von jeder Seite anschauen. Hier passt ganz gut dann die transparente Darstellung. Dann können Sie durchsehen durch die Bearbeitungen. Hier, was die Bearbeitungen betrifft, sehr wichtig, die gehen von oben nach unten. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel etwas zusammenschrauben möchten, dann muss die Platte schon vorher definiert sein. Sie können nicht Schrauben definieren für eine Platte, die noch nicht existiert, die Sie dann später einfügen. Wenn Sie da sowas haben, müssen Sie die Schrauben kopieren, dass die unter der Platte sind. Die Bearbeitungen werden von oben nach unten sequenziell abgearbeitet, wie in der normalen Fertigung. Irgendwo muss das eine Logik haben. Dann gibt es Schweissnähte. Schweissnähte sehen Sie in der transparenten Darstellung als solche Rechtecke. Das ist nicht schlecht, das ist ziemlich schön übersichtlich. Aber man weiss jetzt nicht, ob das ein Doppelkellen hat und wenn das ein einfaches Kellen hat ist, auf welcher Seite. Das sehen Sie hier bei diesem Volumen. Wenn Sie hier eine Null lassen, dann rechnet das Programm die Schweissnähte oder rechnet nicht entwirft die Größe der Schweissnähte von der Plattendicke, die verbunden ist. So, wenn Sie ganz etwas Spezielles haben möchten, dann können Sie selbst die Abmessungen definieren. Dann werden Ihre Abmessungen nachgewiesen. Gut, jetzt haben wir die Kopfplatte und machen wir dann ein weiteres, zum Beispiel Steifen. Rechte Maustaste, neue Operation, Steifen. Steifen kommen an die Stütze, aber nicht so horizontal. Ich möchte die an den Riegel ausrichten. Und das würde uns hier ein Problem vorbereiten, deswegen nehme ich nur die obere Steife hier. Nur die obere. Dicke Null bedeutet, das Programm wählt das aus den Dicken der benachbarten Teile. Lassen wir jetzt einmal so. Und verbinden diese andere Seite. Ich gehe jetzt auf die transparente Darstellung, mache eine neue Verbindung und nehme hier diese Anschlussplatte. Und dann muss ich sagen, was ich verbinde. Ich verbinde jetzt Druckrohr mit der Stütze. Passt ganz gut, aber ich möchte das nicht so haben. Ich möchte, dass dieses Blech in das Rohr hineingeschnitten wird. Also Ausschnitt wird im Rohr gemacht. Dann müssen Sie immer nur suchen, da steht Kochplatte zum Beispiel, nehmen wir eingeschnittenes Bauteil. Passt ganz gut. Und jetzt einfach von vorne anschauen, ein bisschen mit den Abmessungen herumprobieren. Da haben wir 200 Millimeter. Machen wir zum Beispiel 250 Millimeter. Verschieben wir das ein bisschen nach unten, minus 60. Dann entwickeln Sie langsam das Gefühl, was was ist. Und wenn Sie etwas nicht wissen, brauchen Sie nur mit dem Mauskursor irgendwo stehen bleiben. Dann bekommen Sie also eine kleine Hilfe, was Sie da alles eingeben können. Interessant ist das dann bei den Schrauben. Dann bekommen Sie eine Hilfe, wie Sie die Schrauben definieren können. Damit Sie nicht nur eine Schraube, Sie können immer mehrere Schrauben definieren. Okay, hier lasse ich das auf. Eine Schraube, nur wenn wir das so machen, bekommen wir selbstverständlich eine kinematische Konstruktion. Weil wenn wir das mit einer Schraube verbinden, fliegt es einfach runter. Das können wir ausbessern mit dem Modelltyp. Ich gehe auf Druckrohr. Das ist ein normales Rahmenstab, der kann alle BG Momente haben. Ich ändere das auf Fachwerkstab. Dann macht Ideastatica automatisch so ein Auflager, damit das nicht kinematisch ist. Und hier bei diesem Bauteil machen wir das Gleiche. Und dann schließen wir jetzt noch diesen Winkel an. Die Koordinatensysteme brauche ich jetzt nicht. Rechte Maustaste. Und jetzt nehmen wir Knotenblech. Knotenblech ist eine ziemlich mächtige Operation. Es kann für sehr viele Sachen benutzt werden. Wir verbinden Diagonale, auch mit Stütze. Aber wir sehen, das Programm macht mir wieder ein neues Blech. Das will ich nicht. Ich habe schon ein Blech. Deswegen wähle ich mit einem existierenden Blech verbinden. Mit welchem Blech? Habe ich gesagt, unten muss man nachschauen. Wenn ich das berühre, links unten steht Verbindungsblech 1A. Ich gehe jetzt... Ah, da steht es. Hier steht Verbindungsblech 1A, weil ich das hier berührt habe. So, und dann gehen wir mit Verbindungsblech 1A verbinden. Das ist jetzt geschweißt. Das wird geschraubt. Und da muss man dann wählen, Vorderseite, Hinterseite. Ich mache es immer falsch. So. Okay, und jetzt haben wir da auch keine Kollision, weil würde ich das auf der anderen Seite machen, könnte ich eine Kollision haben. Ich schaue mir das von oben an. Passt ein bisschen die Schrauben an, damit die da hineinpassen. Ich mache da zwei Schrauben. 50 und 45. Mach mal 45. 2 mal 45. 40 mal 2. Und jetzt kann ich noch ein bisschen von diesem Blech wegschneiden. Das wollte ich auch zeigen bei dieser Schulung. Sie können dieses Blech auswählen und dann haben Sie hier ein Editor für das Knotenblech zum Beispiel. Und dann können Sie hier verschiedene Änderungen machen an dem. Vorsicht, hier ist eine Öffnung. Machen Sie keine Öffnungen für die Schrauben. Das macht sich das Programm alleine. Wenn Sie da ein Loch haben, kann das Programm dann nicht identifizieren, mit welchem Blech das zu verbinden ist. Das lassen Sie an das Programm. Aber Sie können die Löcher ändern, zum Beispiel auf Langlöcher. So, wir machen hier eine symmetrische Abscherung. Hier im Knoten 3. Im Knoten 3 mit zum Beispiel 40 mm. Äh, das ist zu viel. 30 mm. Anwenden, dann können Sie nachschauen, wie es aussieht. Und wenn es passt, dann OK. Und dann einmal kontrollieren. Na super, Verbindung haben wir fertig. Es fehlt mir noch eine Sache. Die hätte ich fast vergessen. Unten noch diese Steife auf der einen Seite. Rechte Maustaste, neue Operation. Steifen, wieder an der Stütze. Bezogen an Riegel. Nur unten und nur Vorderseite. Ja, die Hinterseite bleibt ohne. Passt. Verbindung haben wir. Und jetzt kann ich die Eingabe der Kräfte erklären. Und ein bisschen das Modell. Und dann gehen wir in die Nachweise und Ausgabe. So, die Kräfte. Das werde ich jetzt mit einem Pinsel erklären. Wir haben Stütze und Riegel. Und wir haben ein FE-Modell. Das Programm macht aus allen Platten dann Schalen. Und wenn wir Kräfte eingeben, dann geben sie die Kräfte direkt im AG, Windows. Direkt im Knoten. Das heißt, das wird hier BG-Moment eingegeben. Und hier die Querkraft. Hier auch. Ein Bauteil, habe ich gesagt, ist immer gelagert. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Stütze gelagert einstellen, dann sind wahrscheinlich diese Kräfte verschwinden in dem Auflager. So, ob Sie die eingeben oder nicht, überlasse ich Ihnen. Erkläre ich dann später bei durchlaufenden Bauteil. So, wir haben hier das M, Y zum Beispiel, V, Z. Aber so können wir ein FE-Modell nicht belasten. Wir haben hier zum Beispiel den Riegel bis irgendwo hierher. Und so zum Beispiel. Dann kommt die Kopfplatte. Die Kräfte müssen hier am Ende wirken. Hier wird eine steife Ebene vom Programm automatisch gemacht. Und die Kräfte verteilen sich automatisch auf die ganze Fläche. So, wenn ich ein BG-Moment transformiere, ist das kein Problem. Aber wenn ich diese Querkraft hierher verschiebe, dann, ich habe hier schon ein BG-Moment. So was. Den habe ich hierher transformiert. Und durch die Verschiebung der Querkraft entsteht automatisch ein zusätzliches BG-Moment. M, Y ist dann so gleich wie V, Z mal R. Wenn das zum Beispiel R ist. Das müssen wir abziehen, weil hier muss dieses BG-Moment herrschen. Das heißt, das BG-Moment sieht dann im Endeffekt so aus. Und hier herrscht das Moment M, Y minus V, Z mal R. Wenn Sie das nachschauen möchten, empfehle ich, Ideastatica Homepage gehen, dann auf die Ressourcen, Connection, Theoretical Background und dann einfach suchen. Ich habe mir das hier schon, schon, ja, hier haben Sie dann, wie die Kräfte berechnet werden. Es gibt auch eine deutsche Hilfe. Unten in der Beschreibung haben Sie die ganzen Links. Können Sie dann anschauen. So, das war zu den Kräften. Jetzt, die Kräfte definieren Sie immer im Gleichgewicht. Im Knoten muss immer Gleichgewicht herrschen. Wenn Sie den Knoten aus einem Statikprogramm exportieren, dann haben Sie schon normalerweise Gleichgewicht im Knoten. Wenn Sie das selbst eingeben, sollen Sie dann aufpassen. Wenn Sie so eine Verbindung haben, wo der gelagerte Bauteil nur bis zu der Verbindung geht, ist das nicht so tragisch, wenn Sie das nicht eingeben, weil die Kräfte gehen sowieso direkt in den Auflager, da passiert nichts. Aber, Sie können eine Stütze haben, die durchgehend ist. Das kann man hier einstellen. Bei dem Bauteil zum Beispiel, Stütze ist Ende oder durchlaufend. Wenn durchlaufend ist, dann läuft sie durch, selbstverständlich. Und wenn wir dann so eine durchlaufende Stütze haben und an der Stütze ist dann irgendein Bauteil angeschlossen, dann, wenn Sie definieren, dass die Kräfte nicht im Gleichgewicht sind, dass sie nicht aufgepasst haben und dieses Häkchen ist hier nicht aktiviert, dann macht Ideastatica oben und unten ein Auflager. Es muss irgendwie gehalten werden. Und dann definieren Sie nur Biegenmoment. Falls die Stütze nicht mit einer sehr grossen Normalkraft belastet ist, ist das keine größe Tragedie. Oder wenn zum Beispiel nur die Kopfplatte Maske brennt ist. Aber es kann sein, dass die Stütze eine sehr grosse Normalkraft hat. Und wenn Sie dann noch zusätzlich hier eine Spannung hineinleiten, können Sie hier Probleme mit der Stabilität haben. Und dann ist es wichtig, dass Sie alle Kräfte drinnen haben. So, wenn Sie bei einem durchlaufenden Bauteil hier dieses Symbol angeklickt haben, dann macht Ideastatica nur Auflager unten. Dann ist Auflager nur hier unten. Und Sie müssen sich darum kümmern, dass Sie die Kräfte hier im Gleichgewicht haben. Das ist, dass Sie die Stütze zurück belasten. Weil selbstverständlich, wenn Sie das so haben zum Beispiel, dann verformt sich das irgendwie so, so und so. Und wenn Sie die Kräfte hier haben, das ist dann gedruckt, dann geht das auch runter. Verformt sich dann anders die Stütze. Logischerweise, wenn da kein Auflager ist, sondern nur die Kräfte. Auf das müssen Sie aufpassen. Jetzt soll ich eigentlich aber auch das Modell erklären, wenn wir schon beim Zeichnen sind. Das Programm rechnet, wie ich am Anfang gesagt habe, mit der CBF-Methode, Komponent-Based-Finite-Element-Methode, wurde entwickelt von Professor Wald an der tschechischen TU in Prag und der Technischen Universität in Prag. Im Hintergrund ist eine Schalenberechnung plastisch und geometrisch nicht linear. Die ganzen Platten sind mit Schrauben verbunden. Schrauben sind nicht lineare Feder mit Schweißnähten verbunden. Schweißnähten sind auch plastische Feder. Und da, wo es notwendig ist, werden Kontaktelemente erstellt. Und Ankel werden nach ETAX gerechnet. So, Material haben wir Epsilon Spannung Sigma. Wenn wir uns die Streckgrenze anschauen, dann haben wir Elastisch. Hier haben wir Arcus Tangens des E-Moduls. Und hier haben wir eine Dehnversteifung. Arcus Tangens E-Modul durch 1000. Das ist das Materialmodell. Nicht das reale Materialmodell, das ingenieurmäßige Modell. Warum? So haben wir keine Probleme mit den Spannungen. Und diese Berechnung entspricht den ganzen Tests mit der Komponenten-Methode und mit den realen Tests, die gemacht worden sind. Und es soll keine wissenschaftliche Analyse sein. Dafür haben Sie andere Programme, wo Sie mit Volumenkörpern und anderen Methoden rechnen können. Aber hier soll das ein Werkzeug sein für Ingenieure, das vergleichbare Ergebnisse liefert, wie die Komponenten-Methode. Dann, wie gesagt, Schweissnähte, habe ich schon erklärt. Schweissnähte sind plastisch. Das FE-Modell wird so gemacht, dass wenn wir zum Beispiel hier eine Steife haben oder eine Platte, die wird verteilt auf finite Elemente, und dann haben wir andere Platte hier zum Beispiel drunter, und dann haben wir hier auch eine andere Platte, vertikal, so zum Beispiel, dann gehen die aneinander vorbei, weil wir haben hier die Dicke und wir arbeiten nur bis zu der Achse. Das heißt, die Achsen werden dann immer hier so definiert und hier entsteht eine Lücke. Wenn das geschweißt wird, entsteht hier automatisch auch eine Kontaktfläche und die Schweissnähte sind dann nicht-linare Fäder, die das alles verbinden. Es gibt jetzt ein sehr nettes Benchmark auf der IDEA-Seite. Was bewirkt es, dass es hier nicht direkt verbunden ist, wie bei den herkömmlichen FE-Programmen? Das kommt mehr von der Maschinenbau-Seite. Wir haben hier keine Singularitäten. Sie wissen von den FE-Programmen, wenn Sie alle drei Ecken verbinden, haben Sie Probleme mit den Singularitäten. Sie haben Probleme, wie Sie die Spannungen auswerten. Wo soll man, in welchem Abstand von der Durchdringung die Spannungen auswerten? Das hat man alles hier nicht. So, ich hoffe, dass ich alles Wichtigste erklärt habe. Wir können jetzt in die Eingabe der Kräfte gehen. Lasteinwirkungen, neue Belastung. Ich aktiviere Lasten im Gleichgewicht und definiere jetzt die Kräfte im Riegel. Zum Beispiel Normalkraft machen wir minus 10, dann machen wir Vy, machen wir 5, dann minus 20, 0, 60 und 10. Wenn die Richtung nicht stimmt, müssen Sie dann immer selbst ausprobieren. Beim Druckrohr machen wir 20 kN Normalkraft. Sie sehen, vieles können Sie nicht eingeben, weil ich das Modell angepasst habe. Da kann man keine Biegenmomente eingeben. Das ist dann gesperrt. Hier auch 20. Und dann haben wir hier ein Ungleichgewicht und das müssen wir jetzt ausbessern. So, ich probiere. So, hat sich das... Nein, da haben wir... Muss ich jetzt ausprobieren. So, was haben wir bei Z? Ah, passt. Minus 35,6. Okay, Z ist verschwunden. Vy, probieren wir. Ist verschwunden. Vz, 6,4. Schau mal, ja, passt. Dann haben wir MX. MX, Mz machen wir 1,7. Passt. Dann bei MY 60,4. Minus 60,4. Und hier noch 10. Passt. Jetzt habe ich Gleichgewicht. Okay. Normalerweise haben Sie das. Ich muss einfach probieren, weil ich mir die Kräfte ausgedacht habe. Gut, jetzt haben wir Kräfte. Wie gesagt, die wirken in der Mitte. Wie sieht man das? Wenn Sie hier auf Drahtmodell gehen, sehen Sie die Kräfte, wo Sie die wirklich eingegeben haben. Und wenn Sie sehen möchten, wie der Verlauf des Biegenmoments zum Beispiel am Riegel ist, dann klicken Sie hier auf die Zeile Riegel und dann sehen Sie, dass Biegenmoment 60 ist das, was wir eingegeben haben. Hier wird das reduziert durch Querkraft mal Hebelsarm. Bauteillänge kommt hier von den Normeinstellungen und hier definieren Sie die Bauteillänge. Das passt sich immer an die Bearbeitungen an. Okay, wenn wir das alles definiert haben, kann ich jetzt auf die Berechnung gehen. Ein bisschen warten, das dauert so ein paar Sekunden. Das ist eine nicht-linare plastische Berechnung und auch geometrisch nicht-linare. Muss man anschauen, ob das passt. Das wird wahrscheinlich nicht passen. Ja klar, die Schrauben gehen sich nicht aus. Okay, ich ändere die Schrauben auf Stimmblech auf M20. So sind die hier. Habe ich keine. Dann nehme ich hier M20. Lass das noch einmal berechnen. Darstellung ist nicht so schön. Das habe ich vorher. Ich habe da ein bisschen getestet. Ich ändere die gleich noch ein bisschen. Schauen wir uns noch an. Wir sind hier bei der Basisschulung. Okay, jetzt passt alles. Erkläre noch, was das alles ist. Wir haben hier Berechnung 100%. Das bedeutet, dass alle Kräfte, die wir eingegeben haben, konnten zu 100% verarbeitet werden. Manchmal entsteht eine kinematische Struktur und dann stoppt das Programm schon bei 50 oder 80% oder bei 1%, wenn Sie das komplett schlecht eingeben. Bleche 0,7, weniger als 5%. Was heisst das? 5% ist die plastische Hauptmembran-Dehnung. Wenn wir hier sind, die plastische Membran-Dehnung ist hier. Und das ist, was wir hier sehen. Und das, das ist das Epsilon-Plastisch. Das muss kleiner als 5% sein. Das steht im Eurocode 1993 1.5 Anhang C, Artikel C8. Da steht eine Bemerkung, dass wenn Sie FE-Programme benutzen, dann sollen diese plastischen Dehnungen auf 5% begrenzt werden. Das steht hier. Und dann Ausnutzung für Schrauben, Schweissnähte. Beulen haben wir nicht gerechnet. Was wollte ich? Ah, Darstellung. Darstellung haben Sie dann hier beim Projekt. Es ist auch nicht schlecht, dass wir das durchgehen. Hier haben Sie die Projektpositionen. Sie können diese Position kopieren und eine kleine Variante machen. Was ist das EPS? Das sind verschiedene Typen von Berechnungen. Belastungstragfähigkeit, Tragfähigkeit des Anschlusses, Steifigkeit des Anschlusses. Können Sie hier ändern. Und Sie können das einfach kopieren oder komplett neue Verbindungen erstellen. Dann haben Sie Einheiten. Das ist ziemlich wichtig. Bei den Einheiten empfehle ich bei der Länge Querschnitt auf eine Nachkommastelle zu gehen. Die Dicken sind oft mit Nachkommastellen. Wenn Sie dann etwas kontrollieren, brauchen Sie die Nachkommastellen. Und in Optionen ändern Sie dann noch die grafische Darstellung. Sie können Sprach ändern, eigenes Logo einbauen, wenn Sie herumspielen möchten mit den Farben. oder ich habe mir diese Kantenglättung nicht aktiviert. Dann ist das ein bisschen schöner. Hier kommen Sie wieder zurück. Und dann sehen Sie, ist das Modell hier. Die Kanten sind dann schöner. Sie können die dann, ich weiß nicht, ob man das Programm nicht einmal schließen und neu starten muss. Es wird auf der Grafikkarte dann alles gerendet. Gut, wir haben es durchgerechnet. Was sehen wir im Nachweis? Im Nachweis haben Sie einmal einen Gesamtnachweis. Sie sehen hier verschiedene Farben. Grau, Grün, Orange. Die Schraube war vorher Rot. Das sehen Sie unter Normeinstellungen. Alles, wo sind wir hier? Unter 60% ist Grau. Zwischen 60% und 95% Ausnutzung. Jetzt rede ich über die Dehnungen, zum Beispiel bei den Platten. Die plastischen Dehnungen. Ist Grün, über 95% bis 100% ist Orange und über 100% ist dann selbstverständlich Rot. Dann können Sie die Vergleichsspannung anschauen, wenn Sie wollen. Sie können das FE-Netz anschauen. Sie können das verformt ansehen. Da sehen Sie schön dann die Kontaktflächen hier, zum Beispiel. Automatisch, wenn das gedruckt wird, haben Sie Kontakt. Kontakt, wenn Sie zwei Platten bis zwei Millimeter nebeneinander haben, wird Kontakt automatisch erstellt. Wenn Sie Schrauben verbinden. Nur wenn die einfach so nebeneinander liegen, nicht. Müssen Sie eine Kontaktfläche dann manuell machen. Und, äh, was wollte ich? Ja, das ist dann bei Kontakt. Schraubenkräfte können Sie dann zum Beispiel auch. Grafik darstellen. Hier, so aus, Sie können die plastische Dehnung anschauen. Vorsicht, das ist nicht die Gesamtdehnung. Das ist nur der plastische Anteil. Wenn da keine Dehnung ist, dann diese Teile sind im elastischen Bereich. Und Sie haben dann bei den Blechen, Sie können ein Blech anschauen, zum Beispiel Vergleichsspannung anschauen. Und dann haben Sie von diesem Blech die Vergleichsspannung. Diese Bilder können Sie in Bildegalerie ablegen. Da gehe ich jetzt schon nächsten Schritt in die Galerie. Das können wir dann in der Ausgabe benutzen. Dann haben wir Schrauben. Schön mit der Berechnung der Schrauben können Sie hier kontrollieren. Oder in der Ausgabe. Und Schweissnaht genauso. Sie können auch hier herumklicken. Zum Beispiel hier diesen Schweissnaht. Dann haben Sie Verlauf der Spannungen hier im Schweissnaht. Und ja, wenn das passt, gehen wir auf Bericht. Wir können Bericht anpassen. Hier definieren Sie, was Sie alles in dem Bericht haben möchten. Probieren Sie einfach herum. Dann sehen Sie eh, was da kommt. Das sind jetzt die Bilder der Verbindung aus verschiedenen Seiten. Dann die einzelnen Bauteile mit Bemassung der E-Träger. Bei E-Träger ist das nicht so wichtig, aber wenn Sie irgendwelche geschweißte oder selbst erstellte Träger haben, könnte das wichtig sein. Materialliste, Ergebnisse aus Bildergalerie. Das ist das eine Bild, was ich von der Kopfplatte gemacht habe. Da kommt das. Und die Ausgabe der Formen. Dann noch einmal aktualisieren. Und dann bekommen Sie die Darstellung. Dann können Sie das hier auf irgendwie exportieren. PDF-Wort oder was Sie brauchen. Und dann einfach herumscrollen und kontrollieren. Das ist jetzt der Gesamtnachweis, Dehnungen, Spannungen, Spannungen der reinen Kopfplatte und dann die einzelnen Schrauber, dann kommen Schweißnähte, dann die einzelnen Komponenten, ein paar Bilder. Und das können Sie dann einfach auf Word, PDF oder DXF exportieren. Ja, zum Schluss speichert man die Verbindung in eine Datei. Sie finden diese Verbindung auch in den Links. Können Sie dann herunterladen. Ich denke, ich mache hier Schluss. Andere Verbindungen mache ich dann in anderen Videos. Das soll nur eine Basisschulung sein. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen. Und wenn ja, schauen Sie sich nächste Videos an. Danke vielmals.